Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich bin heute wieder in Trübmau unterwegs und möchte euch einen weiteren Fundort zeigen von der Errungenschaft von verschlungenen Jahreszeiten. Die findet ihr in eurem Tagebuch. Wenn ihr einmal hier hinten auf die Errungenschaften geht, dann gebt ihr einfach als Suchbegriff Jahreszeiten oder Jahreszeit reicht aus, dann landet ihr hier in Mörkmeier, allgemein von verschlungenen Jahreszeiten. Ja, was muss ich dafür tun? Vier Morastmärkler killen, die haben Schinschai-Konotafeln verschlungen, die will ich haben. Und wenn ich die vier habe, dann habe ich auch diese Errungenschaft. Und heute zeige ich euch den Fundort von Bauch aus Stein. Die Namen sind hier so witzig, deswegen ich kann es nicht oft genug sagen. Ihr müsst unbedingt, falls ihr es noch nicht getan habt, in Trübmoor questen. Es ist so lustig hier, wirklich Spaß ohne Ende. Und das Schöne bei dieser Errungenschaft ist auch, ihr könnt ihn mit einer anderen Quest bzw. Errungenschaft verbinden. Das verlinke ich unten im Text, genau wie die ganzen Fundorte von den anderen drei Morastmärklern hier. So, wie sieht so ein Morastmärkler aus? Er ist eigentlich komplett unauffällig, weil es so ein Gedöns aus Wurzeln ist. Und da ist er, Bauch aus Stein. Den wollen wir haben. Wo finden wir den? Hier quasi ganz oben im, ja, Südwesten, Nordwesten, Entschuldigung, Nordwesten von Trübmoor. Wir nehmen idealerweise den Wegschreien des Todwasserdorfes und laufen hier einfach einmal außenrum. Also da kommen wir dann auf alle Fälle hin. Es ist hier das Ende quasi von Trübmoor, deswegen könnt ihr das eigentlich nicht verfehlen. So, wenn wir ihn dann gekillt haben, hier liegt dann auch die Tafel rum. Die können wir gleich mit einsammeln. Brauchen wir für diese Errungenschaft zwar nicht, aber für die andere. Hier reicht es wirklich, den guten zu killen. Wenn wir alle vier haben, Errungenschaft voll. So, das war es zu diesem Fundort. Ich wünsche euch super viel Spaß hier in Trübmoor mit dieser und natürlich auch mit der anderen Errungenschaft. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich immer über ein Like und ein Follow und besucht mich auch super gerne mal auf Twitch. Zurzeit bin ich meistens mittwochs abends da und am Wochenende, auch eher so spät Nachmittag abends. Kommt super gern vorbei. Lasst auch dort gern ein Follow da. Ich freue mich und sagt damit auch Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.